Oh, Kelly, ich bin von ADAC. Darf ich dich heute abschneppen? Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu M9. Ey, muss das sein? Einfach, Alter. Was ist denn das? Alperstein ist heute mit dabei. Der hatte vor, unbedingt mal mit Kelly eine Runde zu spielen und mit Jodie. Leute, wir spielen heute gemeinsam eine Runde Fortnite, um zu gucken, ob es auch so harmonisiert. Denn Alperstein sucht ja nach wie vor händeringend noch eine Freundin in Fortnite. Und Kelly, da habe ich halt an dich gedacht. Okay, okay. Kelly und Alperstein versuchen heute Abend ein bisschen zu bonden. Wir werden das gleiche mit ein bisschen High-Intense-Gameplay verbinden. Falls ich mal ganz kurz einwerfen darf, was gestern Abend im Livestream passiert ist. Hier gibt es einen ganz kurzen Ausschnitt. Hab einen Daumen. Jack Sparrow, Alter. Aus den Bäumen. Nein, Alter. Skip! Elf Kills, Leute. Ja, aber ich fand gerade diese... Skip! DIGA IN DER LUFT, ALTER! Ich hab einen down. Nein! Nein, er ist davon gesprungen. Puh! Oh nein, Alter, nein! Oh mein Gott, warte auf! Ja! DIGA! Drei Wins heute, Alter! Was ist heute los? Ja, ihr habt es gesehen, Leute. Duo Squad, äh, also Duo... Ich hab mir jetzt gar nichts gefunden. Ja, Moment, also lass mich kurz ausreden. Es war Solo-Duo. Zwei Wins, Leute. Es war kein Ding für mich, ihr kennt das. Also verpasst auf jeden Fall nicht meine Streams. Solo-Duo, was ist denn jetzt? Ja, so halt Solo gegen Duos. Ah. Kelly! Kann ich ihn noch Alfie nennen? Du kannst ihn noch... Alphastein, darf dich Kelly Alfie nennen? Degas Hund. Degas Hund ist Alfie, ja. Aber ich mein, ihr müsst euch ja schon mal Kosen... Ihr müsst euch ja schon mal Kosen haben. Äh, ja. Kennen wir euch beide überhaupt schon? Ich stell dir mal erst mal kurz vor. Alf, das ist Kelly. Kelly, das ist Alf. Und ihr macht ja beide YouTuber. Wär es doch perfekt, wenn man einfach dann... Also auch zusammenkommt, oder? Die Minecraft-Youtuber. Er ist Minecraft-Youtuber auch, Kelly. Du magst ja auch Minecraft. Ne, ich mag halt Fortnite, aber mehr. Das ist jetzt schon ein Problem. Alphastein, würdest du für Kelly denn dein Content ändern? Bei Season 5. Bei Season 5, alles klar. Okay. Okay, nicht zum Club fliegen, nicht zum Club, nicht zum Club fliegen. Da ist ein Gegner. Einer ist da oben drauf. Einer, ich mach den Blatt. Okay, ich hab was. Ich kann alle fertig machen jetzt. Achtung. Fertig, fertig. Ich bin runterquert. Hab zwei down. Lol, mich jetzt schießt einer. Achtung. Und ich fühle mich schon. Was ist das? Oh mein Gott, ich brauch auch mal nicht Hilfe draußen, Jordi. Oh, einer ist down tonight. Warum? Ich bin down. Oh, letzter Schuss, letzter Schuss, letzter Schuss. Stein, wo bist du? Alfapopo. Warum ist denn Stein gestorben? Nein. Ach, Stein. Alfapopo. Mann. Ja, es tut mir leid, ich war nicht schnell genug. Ich hatte keine Munition mehr. Also nach dem natürlichen Gesetz der natürlichen Natur ist es ganz schlecht, dass er gerade gestorben ist. Naja, aber Kelly, hast du gesehen, was er gemacht hat? Es wirkt nicht sehr beschützhaft. Aber Kelly, er ist mit der Spitzhacke auf den Gegner draufgegangen, um dein Leben zu beschützen. Oh, sicher? Ja, 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 ja. Hallo, Kelly. Hallo. Ich bin geboren. Ich bin sogar so dingend. Du bist geboren, Alperstein. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal echt gut, muss ich sagen. Das ist dein Lieblingsspiel. Gegner, Gegner, Gegner. Du schießt mich an. Da ist er, da ist er, da ist er. Genau auf dem Ding. Über dir. Pass auf. Wenn der mich jetzt... Nein. Oh, du schaffst das. Du schaffst das. Yeah. Kelly, was ist dein Lieblingsspiel? Ich bin auf dem DJ. Hallo, Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel ist Kirby. Kirby. Okay, vorbei. Was? Stein, warte mal. Nein, nein, Stein, du kannst es dir nicht so einfach machen. Mädels, wir müssen loslaufen. Wir müssen loslaufen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe hier raus aus dem Club, ne? Stein, du hast da sicherlich noch ein paar Fragen an Kelly oder, sag ich mal, Anmachsprüche oder ähnliches. Irgendetwas, was relevant für sie ist. Äh... Warte, ich brauche Musik. Warte, warte. Für mich hatte noch nie jemand was vorbereitet. Siehst du mal, Kelly, das... Oh. Das geht schon in die richtige Richtung, oder? Bin ich gespannt. Okay. Ja. Ich will kein N-O. Wie viel? Ähm, Stein. Stein, Stein, Stein. Da bin ich schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Wie viel? Was, wie viel? Wie viel? Renn mal da den Berg hoch, Jodie, ja, genau. Wie viel? Ähm, immer eins mehr als du. Okay. Okay, warum? Weil ich einfach gut bin in dem was... 5 Meter. Welche Augensfarbe? Lila. Okay. Okay. Das ist spannend, Leute. Ach, hat zwei. Stein. Wäre jetzt Kelly oder... Wenn er mich jetzt schon beleidigt hat, dann... Das war ich nicht. Ach so. Das war ich nicht. Unter uns, unter uns, Deppes. Wo? Was? Komm, wir müssen da runterpulschen direkt. Einer ist schon mal genockt. Okay. Wuuu. Die haben irgendwo noch Mates, vorsichtig. Da ist er. Wow. Achtung, Bomben, Bomben. Versuch hier so eine sneaky Ecke zu finden. Komm, alle down. Wow. Echt? Ja. What the fuck? Okay, wir müssen loslaufen. I can't see anything. Oben von oben. Aber nicht allzu gut. Also entweder weit weg oder nicht gut. Okay, wir müssen laufen. Die Zone kommt. Habe ihn down und los. Okay. Alphastein, hast du noch mehr Fragen an Kelly vielleicht? Pass auf. Ich gebe dir jetzt einen ganz kurzen Hinweis, okay? Versuch's mit einem Liebesgedicht. Ich kann nicht. Warum nicht? Bist du schüchtern? Stein, versuch's mit einem Liebesgedicht und romantischer Musik. Vielleicht ist das schüchtern. Vielleicht braucht er noch ein bisschen, um aufzutauen. Okay, ich lösche alles, was bisher passiert ist. Kein Problem. Ich heiße Ken, okay? Kennst du Ken? Nein. Mann, Kelly von Barbie. Willst du meine Barbie sein? Nein. Oh mein Gott. Savage. Kelly, das kannst du nicht sagen, Mann. Der Junge ist... Jetzt geh mal ein bisschen darauf ein, okay? Kelly hat sie versprochen. Sie hat sie versprochen. Ja, ich hab mich versprochen. Sie hat sich doch versprochen, Stein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich hab alles versucht. Ich bin hier auf den TS gekommen. Stein, Stein. Du kannst das noch schaffen. Oh mein Gott. Und dann stehe ich die Frage und dann bekomme ich die Antwort Nein. Jetzt tut's mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Egal. Verzeihst du mir? Egal. Also, ihr beide, ich meine, Kelly. Guck mal, du musst wissen, Kelly ist manchmal so... Ja, rechts von uns Gegner. Ich bin sehr impulsiv. Gleichzeitig. Warum schießt ihr denn jetzt schon? Das ist der Impuls. So impulsiv ist Kelly. Einer ist genockt. Kommt, wir müssen jetzt pushen. Ich versuch's mal. Verdammte Kacke, Mann! Lauf, lauf, lauf! Lauf in den Tomato-Imbiss rein. Lauf einfach in den Imbiss rein. Kelly braucht jetzt deinen Zuspruch. Sie könnte das Ding noch holen, okay? Oh, was ist das denn? Kelly, jetzt geh doch mal bitte auf den armen Mann ein. Tollegon, ich muss mich konzentrieren. Nein, nicht in die Tone laufen! Kelly, aber am Verbande! Ist ja gut! Chill deine Base, okay? Ich hol die noch. Ist okay. Das ist nur in Aktion! Kelly, spring auf das Jump-It. Und dann links, dann links, dann links rüber. Und jetzt dann links, dann links, dann links, dann links. Das ist rechts, das ist rechts, das ist rechts. Oh mein Gott, dieses Mädchen ist so verwehrt. Entschuldigung! Und jetzt rechts den Berg, rechts, 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 lauf nach rechts. Nein, das ist links! Da oben, da oben, jetzt baust du dich ein, bau dich ein! Das kann doch nicht bauen! Naja, wir sind immerhin Zweiter geworden. Gut, wir versuchen das nochmal mit Alphastein zusammen. Okay, wir gehen wieder da, wo wir gerade hin waren. Und bitte geht alle in den Club rein und ich komme dann zu euch, okay? Dieser Scheiß-Club! Kelly, jetzt beruhig dich, okay? Okay! Uh! Kelly! Ja? Ich bin voll ADAC! Darf ich dich heute, äh, abschleppen? Uh! Es war schon besser als der... Also ich muss sagen, du steigerst dich ein bisschen. Geht nicht! Ich versuche alles! Sollen wir nochmal löschen und von der Seite? Boom! Ich bin voll aufgeladen! Sein Maid ist unter euch, vorsichtig! Der ist unter euch, der ist unter euch! Vorsichtig, bitte! Der ist hier unten, der ist hier unten! Ich brauch unbedingt eure Hilfe! Hab ihn down! Dann magst du Harry Potter? Alphastein, magst du Harry Potter? Hat sie dich gefragt! Oh, ich bin geblütet! Äh, dein! Oh! Tschüss! Aber Stein... Warum bietest du mir überhaupt so jemanden anderen? Ja, ich dachte, das funktioniert vielleicht mit euch beiden. Ich meine... What the fuck? Nee, jetzt hört mal auf euch hier zu streiten! Warte mal! Ich bin so mad einfach! Gilbert, schieß auf mich! Wo? Was ist das für einer? Kill den! Warum Klaus? Knocked! Tut mir leid! Wollt ihr das machen? Oh, nice! Das war easy! Ui! Was ist das denn? Das ist die neue Waffe! I want! I take! Die ist hier vorne, Jodie! Die hat Kelly gerade genommen! Oh, geil! Guck mich an! Ich will die auch haben! Guck mich an! Gib, gib, gib! Ja, am besten gibst du sie Jodie, weil Jodie ist extrem gut damit! Nein! Nein! Okay! I will drop it for you! Stein, hör auf jetzt! Stein! Warte, Anschuss! Anschuss! Warte! Oh Mann, Alter! Okay! Also Stein, ich glaube, ihr seid beide auf einem guten Weg, euch zu finden! Ähm! Also, er hat jetzt auf jeden Fall meine Waffe gesehen! Eigentlich müsste ich noch seine sehen! Stein, zeig mal deine Waffe! Äh! Ich hab mehrere! Was willst du von mir sehen? Äh! Äh! Ihr habt meinen Boyfriend angeschossen! Oh! Es ist schon soweit Boyfriend! Sie hat Boyfriend gesagt! What the hell? Wo kommt das her? Komm mal kurz mit, Kelly! Aha! Warte mal kurz! Ich hab so'n sniby, sniby! Kelly, hast du Materialien für mich zufällig? Ich hab gar nix! Oh Mann! Ich hab neun Steine nur! Äh! Äh! Nice, Alf! Sehr gut! Äh! Okay, die sind da hinten! Habt ihr gesehen, wo? Hab einen knocked! Einer ist noch hinter dem... Der baut sich gerade so... Ja, wir müssen halt, wir müssen halt runter! Komm, zwei von denen sind genockt! Wir müssen pushen! Juh! Okay, alle down! Sehr schön! Ich hab einen mit der Farmers gekillt! Ich hab einen mit der Farmers gekillt! Sehr gut! Keine Zeit mehr zum Looten kommt! Kelly, du musst es vielleicht nochmal versuchen auf ne bisschen friedlichere Art und Weise! Also einfach mal, hey Stein! Was sind denn so deine Hobbys? Versuch doch sowas mal, Kelly! Was sind deine Hobbys? Ich hab nur Minecraft verstanden! Ich spät! Toll! Rivi, jetzt hast du's kaputt gemacht! Es tut mir wirklich leid! Das war nicht meine Absicht! Links von uns sind Gegner! Ah! Lol! Oh mein Gott! Von wo? Ich hab nur rückengescheuene Ordnung! Ich komm her! Stein, Stein! Hol sie Stein hoch! Meine Zeit rennt! Ich bin nur noch wenige Sekunden auf dieser Erde! Oh! Das sieht schwer für mich aus! Friss meinen Sniper-Headshot, du Nut... Ja, ich glaub, Eiferstein ist es wirklich nicht... Ist nicht so... Ist nicht man to be! Irgendwie... Sehr schön! Sehr schön! Oh mein Gott! Kelly, Alter! Was? Starker Schuss! Danke! Oh! Direkt vor mir, direkt vor mir, direkt vor mir! Ist der hier? Sorry! Ich wollte dich beschützen, nicht töten! Kommt hier runter, kommt hier runter! Schnell! Baut mich ein, baut mich ein! Schnell, 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 schnell! Achtung! Hinter dir! Baut mehr ein, Kelly! Du musst kommen, du musst wirklich kommen, komm! Ich bin doch hier! Ich bin hier, ich bin hier! Ich bin hier, alles gut! Zieh durch, zieh durch, zieh durch! Schaffst du, schaffst du! Hinter die Wand, hinter dir! Hinter dir, Kelly, die Wand! Mach dir auf! Ich versuch dich zu heilen! Okay, dann bleib bei mir! Ja, okay! Wo denn? Hab eins! Sehr gut! Steinen, sind da bei dir noch mehr Gegner? Ich hab ja! Where are them hoes at? Wo sind die denn alle? Hab ich! Das war Loops! Nein, ich brauch Healing Stein! Ah! Komm her! Oh, pass auf! Von wo? Wo bist du, Rebi? Ich bin da, ich bin da, alles gut! Was machen wir denn jetzt? Wir gewinnen jetzt das Game! Komm, wir pushen hier rüber auf den Berg! Kommt! Ich kämpfe gerade! Ich kämpfe gerade! Stein, ist das dein Ernst? Du kannst dich alleine pushen, Digga! Stein, 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 Stein! Hast du alle down? Bei den Dings? Bei Kelly! Vollidiotin! Komm mal! Oh! Hol dich! Danke! Ich bin vom Berg gefällt! Oh nein! Baby, oh ich! Don't die, please! Oh! Geht doch, Mann! Auf geht's, Leute! Sehr schön! Wow! Kelly, die so gut! Auf geht's, Leute! Sehr gut! Also! Schade, dass es nicht geklappt hat mit euch beiden! Trotzdem sehr stabile Runden gespielt! Ja! Ich glaube aber beim nächsten Mal, glaube ich fest an eure Liebe! Wirklich! Okay? Okay! Oder du bringst den nächsten Kandidaten vorbei! Ja! Dann können wir... Kelly ist fort! No Dating Show! Okay! Bruder muss los! Leute, schaut auf jeden Fall bei Jodie, bei Kelly und bei Albert Stein vorbei! Vielen Dank fürs Mitmachen! Es hat mir eine Menge Spaß gemacht! Macht's gut! Hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!